hallöchen 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 und herzlich willkommen zu einer neuen folge von die sims 3 100 baby challenge und es hat funktioniert so und bitte gehen es ist mega wir haben einen neuen neuen haushalt wie soll ich familienmitglied adoptiert und zwar unseren lieben kleinen zonk und wir haben zwillinge gekriegt ja es ist einiges passiert in der letzten folge und wir haben jetzt mittlerweile wieder einen neuen kerl habe ich den schon aufgeschrieben franko connie damit ich den hier auch im franko connie ich habe ja eigentlich gehofft etwas heißt gehofft ich werde auf jeden fall mich auch mit dem adoptiv fuzzi da anfreunden weil den haben wir nämlich auch kennengelernt also wollte es fertig malen wie sehen denn eigentlich eure bedürfnisse aus gut also beziehungsweise die schulnoten sind auf zwei hast du deine hausaufgaben schon gemacht nein natürlich nicht dann kannst du das jetzt mal machen der franko der franko der zonk der guckt sich die einscheinchen das finde ich ganz toll und dann kannst du das gemälde hier weiter fortführen nach ja das ging aber schnell dass wir wieder frischen links bums gekriegt haben hier sieht es aus hast du eben ein haustier ja das war aber schon immer also ich meine das ist aber schon länger her so auf jeden fall was heute ansteht ist dass die zu kleinkindern werden das heißt dafür brauchen wir eine torte zwei torten und ich warte auf jeden fall bis die kinder hier ihre hausaufgaben gemacht haben in der zwischenzeit kannst du ja auch mal dich frisch machen und dann können wir uns ja auch mal mit dem kleinen da auseinandersetzen du müsstest mal schlafen dann sei es wahrscheinlich schon fertig an du hast dir nur einen besseren platz zum hast du etwa hier rein gepieselt das ist natürlich scheiße müsste ich mal das nächste mal drauf gucken dass der hier ein geschäft hin macht nehmen franko müssen wir jetzt nichts machen die baby schreien aber die haben jetzt erstmal einen kurzen moment zeit denke ich was ist denn bei euch los schmutzige windeln kein problem schmutzige windeln wechseln flasche geben kuscheln schmutzige windeln wechseln flasche geben und kuscheln so ihr seid auch fast fertig so du möchtest noch als besten freund gewinnen den zonk so du bist fertig dann kannst du ja mal das verdorbene essen ich weiß nicht warum das immer so schnell verdorbene essensreste drin und dann müsstest du eigentlich auch mal schlafen vielleicht kann das auch noch warten aber eigentlich wollte ich dass die jetzt demnächst dann altern damit ich anfangen kann denen die fähigkeit beizubringen müsste mich auch mal wieder um den garten kümmern es gibt so viel zu tun pflanze gießen so sprengt sprinkler wären gar nicht mal so schlecht jetzt wird erstmal gegossen damit die sachen auf jeden fall nicht kaputt gehen das wäre nämlich scheiße so und dann kannst du gerne dich jetzt hinlegen an die kann ich in einem schaukelstuhl machen aber alles gerne machen muss jetzt nicht die anderen auch noch machen komm wieder runter er ist gleich auch irgendwie wieder wach unser zonk ich bin mal echt gespannt wenn der zu einem großen hund wird also zum erwachsenen weil es müsste ja eigentlich ein kleiner hund sein oh nein bitte spencer wecken nee das muss jetzt nicht sein kannst du nicht einfach so mal aus dem napf essen ui ist scheinbar mit dem falschen bein aufgestanden ja super sowas kann passieren du bist noch am schlafen und dann hinterher kannst du da ein bisschen kauen so und du musst gekuschelt werden die liebe Emily oh man und der Alibert auf jeden fall auch eigentlich müsst ihr doch gar nicht so früh aufstehen das ist doch keine schule ich hoffe die sind auch gut kommst du da nicht dran ach so geht's scheinbar ja oh Gott sie muss brechen das ist ja süß okay dann müssen wir uns darum kümmern dass die gekuschelt werden ich dachte ja eigentlich Spencer macht das aber die müssen sollten ja schon ein bisschen gut gelaunt sein bevor sie Geburtstag haben du brauchst jetzt nicht die Flasche geben jetzt ist auch zu spät äh nein nicht wegwerfen bist du krank ich dachte du gibst dem jetzt die Flasche ähm du könntest doch mal aufs Klo gehen oder nicht es ist überhaupt nicht stressig nein und dann sind gleich die Windeln voll und dann mache ich die auf jeden fall dass die älter werden Alibert Emily Irgendjemand muss jetzt das verdorbene Essen aussortieren so du räumst jetzt erstmal die ganzen Dinger hier weg du kaufst da auch super ach ja ich weiß das ist wirklich ein hervorragendes Bild so Emily muss jetzt auch noch Geburtstag feiern es ist einiges los hier so so dem kleinen Mann könntest du mal die Windeln wechseln nein für dich gibt es jetzt kein Stück Kuchen nein du wirst ihm jetzt die Windeln wechseln was ist denn daran so schwer jetzt kannst du noch weiter aufräumen ja ist ja rot und dann hinterher dürfen wir dem kleinen der kleinen auch noch die Windeln wechseln Apfelpfannkuchen so und du könntest der Emily mal aus Tafeln beibringen ja das ist mir egal ob mein Handy klingelt oh Riden möchte Richie raiden. Nö. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Nee, du machst da hier schön weiter. Ah, warte mal. Vielleicht sollte man was? Freundschaft mit Ronda beenden? Nee. Erst vielleicht die schmutzigen Windeln und dann nein, ich möchte jetzt auch keine blablabla. Er muss dringend mal aufgeräumt werden. Na. So, dann kannst du mal das hier sauber machen. Und du beschäftigst dich jetzt mal mit dem Dingens. Du musst dringend aufs Klo. Dann rate ich dir vielleicht mal aufs Klo zu gehen und zu duschen. So, meine Güte. So, und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, könnten wir den dann auch loben dafür. Den kleinen Hund. Oh Gott, wie der da langtackelt. So, du machst dich frisch. Du machst... Oh Gott, da hat er sich schon wieder hingelegt, der Kleine. Und dafür wirst du natürlich jetzt belohnt, mein Lieber. So, und dann kannst du dich vielleicht um Alibert kümmern, damit der das abschließen kann. So, und du kannst doch mit dem ein bisschen rumalbern. Reden mit. Leckerchen geben. Loben. So, du gehst am besten mal klimpern hier. Du machst mal die Pfütze leer. Äh, die Pfütze leer. Aufwischen natürlich. Die mögen alle diese Stühle nicht. Ich verstehe das nicht. Hat das jetzt gereicht? Ja. Oder? So, und dann können wir doch mal anfangen. Ja, die können sich mal um das... Warte mal. Dann fang du doch mal an, ihm das Laufen beizubringen. Oh, wie süß ist das denn? Aufgeregt handeln. Jetzt reg dich mal nicht auf, sondern bring mal den Müll raus. Und dann können wir der Kleinen doch schon mal anfangen, das Sprechen beizubringen, oder? Dann haben wir auf jeden Fall alle was zu tun. Du kümmerst dich um den... Um den Hund. Ähm... Was ist denn dein Problem? Das ist auf jeden Fall ein sehr entspanntes Wochenende, habe ich so das Gefühl. Wie geht's denn eigentlich dem Hund? Eigentlich ganz gut, ne? Tonk hat Spencer offensichtlich ganz besonders ins Herz geschlossen. Er möchte mit Spencer Freundschaftsleben schließen. Ach ja. So, wie weit Caleb hat denn wahr? Nein, persönlich auch nö. Fan des Übernatürlichen. Caleb Collins hat sofort folgende Merkmale. Zweifler am Übernatürlichen. Okay. Wieso musst du denn eigentlich immer irgendwie was haben? Apropos, wir wollten doch Bücher kaufen, oder nicht? Aber, meine Lieben, ich muss ähm... hier einen Cut machen und wir sehen uns auf jeden Fall in einer neuen Folge und bis dahin sag ich Tschüss! Tschüss!